6 Pflegetipps für schöne Füße Ebenso wie wir andere Körperteile pehlen und massieren, sollten wir das auch mit unseren Füßen machen schöne Füße zu haben, ist leichter, als du denkst. Du musst sie nur gut pflegen und ein paar einfache Regeln befolgen, dann sehen deine Füße immer perfekt aus. Im folgenden Artikel verraten wir dir alle Tipps und Tricks rund um das Thema schöne Füße. Erste immer gut trocken halten damit deine Füße immer schön trocken sind, solltest Du diese einfachen Schritte befolgen, nach Möglichkeit Schuhe aus natürlichen Materialien verwenden, damit die Haut atmen kann. Nicht das gleiche Paar Schuhe an mehreren Tagen hintereinander tragen. Nach dem Duschen immer Füße abzocknen, damit kein Fußpilz entsteht. 2. Nägel korrekt schneiden Nägel schneiden für schöne Füße Es ist wichtig, dass du dir die Nägel richtig schneidest, damit sie nicht einwachsen. Um das zu verhindern, musst du nur diese Art Schläge befolgen, die Nägel immer gerade abschneiden, nicht rund. Nicht zu kurz schneiden, sonst können die Nägel einwachsen oder es kann zu Infektionen kommen. Nicht die Nagelhaut entfernen. Wenn nötig, kannst du sie vorsichtig zum Nagelbett zurückschieben. 3. Auf deine Gesundheit achten Auch wenn wir uns oft sehr viel Mühe geben, lassen sich Probleme wie ein eingewachsener Nagel manchmal nicht vermeiden. Mit diesen nützlichen Tipps kannst du auf deine Gesundheit achten. Zunächst solltest du deine Füße 15 bis 20 Minuten in lauwarmes Wasser tauchen. Pro Liter Wasser einen Löffel Salz hinzugeben, das desinfizierend wirkt. Du kannst den Nagel mit Zahnseide vorsichtig heben, auf diese Weise kannst du die betroffene Stelle mit einem Antiseptikum reinigen und zur schnelleren Heilung eine Salbe auftragen. Dieses Vorgehen wiederholen, bis der Nagel wieder normal ist. Wenn die Entzündung stark ist, solltest du auf jeden Fall zum Arzt. 4. Fußbäder mit Natron Schöne Füße mit Natronbädern Für schöne Füße gibt es nichts Besseres, als Fußbäder mit Natron. So strahlen nicht nur deine Füße, sondern auch die Fersen werden angenehm weich. Damit das Fußbad wirklich effektiv ist, solltest du es einmal pro Woche 15 bis 20 Minuten lang durchführen. Dazu kannst du Zutaten wie Haushaltssalz, ätherische Öle und Kräutertees verwenden. Nach dem Bad am besten einen Bimmstein oder Pilling verwenden, um die rauhe Haut zu entfernen. 5. Feuchtigkeits-Scremes Feuchtigkeits-Scremes sind für die Füße genauso wichtig wie für Hände und Gesicht, also solltest du sie unbedingt regelmäßig verwenden. Dazu solltest du auf weich machende Produkte setzen, die beispielsweise Demetikon, Lanulin oder Vaseline enthalten. Auch feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Glycerin und Lezithin sind wichtig. Achte darauf, die Creme nicht auf den Bereich zwischen den Zehen aufzutragen, da sich so Fußspilz bilden kann. 6. Gönne dir eine Fußmassage Fußmassage für schöne Füße Fußmassagen sind aus verschiedenen Gründen sehr zu empfehlen. Sie regen die Durchblutung an, sorgen für gesunde Füße und wirken gegen Erschöpfung und Müdigkeit. Schon 5 Minuten pro Tag reichen aus. Du kannst auch ein Massagegerät speziell für die Füße verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, einen Tennisball oder ein anderes rundes Objekt mit dem Fuß herum zu rollen, um die Durchblutung anzuregen. 7. Pilling Für schöne Füße Verwöhne deine Füße ab und zu mit einem Pilling, etwas Körperöl, oder Mandel oder Olivenöl, mit einer kleinen Menge Zucker vermischen. Auf die Fersen oder andere Stellen massieren, die du pillen möchtest. So werden die Fersen mit Feuchtigkeit versorgt. Durch die Reibung, die durch den Zucker entsteht, werden abgestorbene Zellen entfernt. Diese Methode ist einfach und günstig.